Nina Chuba sieht in Menschen Tiere und mal schauen, wen sie in Jenko sieht. Ja, auch ein Dinosaurier. Also so wie ich. Ich kann es immer nicht begründen, aber er gibt einfach die Dino-Vibes. Er hat auch so lange Arme und es gibt viele Leute, die Dino-Vibes geben und er gibt sie mir.